Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play together. 007 James Bond Goldeneye. Ein und Goldeneye. Ja, Goldeneye ist ein Satellit. Ja, das weiß doch jeder, dass Goldeneye ein Planet ist. Äh, ein Satellit. Na gut, und fängt schon an. Hey, da ist wirklich eine Schneewelt. Und ich bin drin mit diesen... Gut, das ist ein halber Nehmer. Und das wäre ja perfekt zum Snipern, hallelujah. Stell dir vor, hier kannst du mit auf der Treppe stehen, wo es dir Snipern kannst. Bist du das da hinten? Bleib mal ruhig stehen. Nee, das bin ich ganz sicher nicht. Doch, da unten bist du... Walter, bist du weit entfernt. Da bin ich gar nicht. Warte, bleib stehen. Alter! Wenn du schießt, hast du immer noch... Wenn ich schießt, wenn du den Ton hörst, kannst du immer noch ausweichen, gell? So weit bin ich entfernt. Schau mal. Mach noch mal. Warte, ähm... Stimmt's. Dicht dich nicht mit mir. Dicht dich nicht mit Sohan an. Dicht dich nicht mit Sohan an. Dicht dich nicht mit Sohan an. Alter! Dicht dich nicht mit sohle... Tja... Oh! Wo schießt du? Ich schieß auf... Da, wo man immer schießt. Auf den Gegner. Lutsch. Lutsch? Alter, du hast halt voll das Tunnelsystem. Ich kenn mich nicht aus. Jetzt muss ich ihnen alles in eine Granate werfen oder was? Alles klar. Ich dachte, du bist da drin. Okay. Dachte ich eigentlich auch. Aber ich muss auf mein Ding schauen, dass ich jetzt von hinten komme. Nein, ich wollte eigentlich zurückgehen. Du weißt ganz genau, dass es dich nicht bei mir bringt. Ja, weil du ein Cheater bist. Weil du ein lächerlicher Cheater bist. Warum bin ich ein Cheater? Ich habe keinen Cheater kriegen. Doch, was hast du? Kein Cheater-King. Wie? Ich habe keinen Typen, der weiß, wie man cheatert. Doch ich. Habe ich dich gefragt nach einem Cheat? Alter, guck mal, wo ich bin. Cool. Alter! Alter, Alter, oh Gott. Ach so, du kennst von der Seite. Ah, Sven. Das ist doch ein geiler Weg. Du musst auch mal gehen. Da bin ich ja zufällig geboren. Hey, das ist ein geiler Weg. Alter, du kennst von da. Alter, man hätte dich nicht gesehen. Schau mal, wie gut du getarnt bist. Stimmt. Und ich? Total scheiße, ich weiß. Ja, aber lieber nehme ich den Typen und habe so viel Leben. Alter, bist du das? Nein, ich lieb. Nee, Schnee ist warm. Stimmt, da. Schnee ist warm. Bist du das? Nein, das bist du nicht. Das ist mir ein Lamp. Bist du das? Nein. Bist du das? Bist du das? Warte auf der Karte. Ich sehe dich nicht. Nee, das bist du. Okay. Bist du das? Bist du das? Ja, du kannst gut machen. Gut. Alles gleich. Das ist ne coole Welt. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen. Du siehst mich nicht, also schießt mich. Alter, ich seh dich echt nicht. Nase. Ich weiß aber wo du bist. Irgendwo hier. Ah, da ja. Ja, verdammt. Stammt. Schlepp mich. Schlepp mich. Na toll. Du bist immer an der gleichen Stelle geboren. Ne, werde ich nicht. Doch, da wurdest du vorhin auch schon geboren. Oh, ich geh doch nicht zu dir. Ja, du darfst nicht auf meinem Ding schauen. Nein, ich wusste wo du geboren wirst. Ja, klar. Doch. Ja. Das wird bei mir mal gezeigt. Ja, klar. Guck mal, wo ich bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da werd ich geboren immer halt. Ja. Alter, hier könntest du geilsnipern. Schmierpern. Oh, jetzt hab ich dich grad gesehen, gell? Ne, hast du nicht. Doch, geh zurück. Du siehst. Da bist du grad. Geh wieder zurück. Jetzt hab ich dich schon wieder gesehen. Na, klar. Warte mal stehen. Doch, da oben, schau. Geh zurück. Alter. Oh, jetzt bist du auf dem Berg. Alter, wie geil. Alter, wie weit ich entfernt bin von dir. Schau mal, wie klein du bist. Alter, das ist eine geile Welt zum Snap. Dadadam! 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 Ich hab das Timing. Scheiße, was ist deine Wolke. Echt? Ich weiß nicht wo du sein sollst. Ah! Das bringt's. Ja? Na, toll. Ich hab das jetzt in der Gegend so weitgegeben. die das sehe ich aber ja jetzt kommt warte mal bleiben stehen ich versuche dich zu treffen bleib mal Alter, wie knapp? Echt? Schau mal, schieß mal. Bleib aber so. Schieß du mal. Schieß du mal? Schieß du. Schau. Warte nochmal. Du hast mich getroffen. Nochmal. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich weiß auch nicht wirklich, wo du bist. Verdammt, ich hab halt gar nichts mehr. Ja, okay. Ich schmeiß eine Granate in die Luft. Jetzt kommt sie. Ich schmeiße eine Blendgranate als Signal hoch. Alter, schaut die geil aus. Schau mal. Schau sie an bei mir. Ist das wirklich lustig? Ich weiß gar nicht wirklich. Der legt mich immer in dem Moment, gell? Okay, so viel Schuss hab ich jetzt auch wieder nicht. Töte mich. Ja. Boom. Und jetzt werde ich dich kennen. Nein, ich meine zufällig endet. Danke, Zevin, ist ein Neidbar. Scheiße. Ich will eigentlich auch eine Schnippe haben. Oh, verdammt, ich hab gar nichts mehr. Zeig mal, zeig mal dein Visier. Nee. Aber Moment mal, ich hatte... Ich hatte vorhin auch eine Waffe mit Smile-Bad. Komm, geh wieder an deinen Platz, da wo du grad warst. Ich bin auf meinem Platz, wo ich glaub, bin ich da auch? Nee, warte, ich geh jetzt auch auf den Platz. Wo ich rund, wo wir vorher gescheitert haben, okay? Weißt du, wo ich da auch? Nee. Ich glaube, ich war hier oder was. Oder wo war ich? Ich weiß nicht. Da auf dem Flugplatz, da wo du jetzt grad stehst. Alles klar. Hab ich dich erwischt? So wie ich dich grad. So, jetzt der letzte Schuss hat gesessen. Echt? Ja. Verzweig mich immer aus. Obwohl doch, stirbst du ja. Ja, leck mich. Ja, aber ich nicht immer aus. Echt? Ohne Wärme, ich könnte ich bei dir im Wald nichts anfangen. Du hast halt nicht gut getan, schau mal. Ja, toll, jetzt hab ich schon mit dem gescheiß, das soll den ich auch. Oh, hab ich den letzten? Nein, du bist runtergefasst. Angriff der Killerbiene. Aufschließen, ist ja geil. Ja. Du schaust voll auf meinem. Warum? Ja, aufschießen. Meine Munition ist aus. Und außerdem, was soll ich denn sonst grad machen? Auf jeden Fall nicht auf mein Ding schauen. Weil das so unmöglich ist. Ich seh aus dem Augenwinkel sogar dich. Nein. Doch. Ich nehm wieder. Haben noch was. Ich nehm du dir das. Dreh-Oder-Argutzeigen. Nee. Das ist ja lustig wie ich. ich weiß wie man darauf kommt zu dir dann schießt ihr auf den Händen danke endlich das habe ich aber schön gemacht mit den Minen alter wo habe ich die Sniper die Sniper ist weg weiß ich nicht auf jeden Fall kannst du ich finde es immer voll geil wenn voll knapp von aus weiten Entfernung die Schütze bei dir vorbei ich finde es auch voll geil so zum Beispiel ja aber das war nicht knapp das war das war knapp du hast mich nicht getroffen boah du bist ja ein du weißt das ist nicht kraftrecht Ketchup Hetchup habe ich ja schon gesagt gell ich will endlich sterben da habe ich wieder meine eigene Waffe wie 4 als ich dachte da stehst du dich mit den letzten Schuss 1 ein Sniper ich bin ja wohl mit der Sniper Alter, wie geil ich bin Wie bist du? Wer es nicht schafft sich zu töten? Komm her und töte mich Wo bist du? Ich weiß es nicht, hier Oh, ich komm zu dir Nicht, dass ich dich töte, sondern dann bin ich bei dir Wo bist du? Schmeiß meine gerade an Nein, ich hab keine mehr Ja, ich komm schon auf dich zu, ich seh die schon Und wie bist du da hochgekommen? Seh ich auch schon Ich bin da geboren Ich bin schon, warte, Alter So, bitteschön Dankeschön Können wir mich bitte töten? Ja, meine Sniper Endlich Ich hab so lange auf diesen Augenblick gewartet Ich auch Ich bin da hoch zu den Klettern Für euch Alter, das wird dann alles mal Ja Ja, auf mich schon, du voll posier Was? Ja, weil ich das nicht merke, wenn du auf mich schießt, oder? Ja 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 Ich geh einfach an der Zieh und dann schieß ich Warte Ja Ja Oh, okay, jetzt weiß ich, wo du bist Weißt du nicht? Ehrlich gesagt weiß ich nicht Mal schauen, wo die Explosion hängt Scheiße, jetzt hab ich nicht geguckt Ja Verdammt Verdammt Nein Oh, das ist nicht sogar getroffen Nein Oh, das ist nicht sogar getroffen Das klingt nicht wirklich viel Schau Träf mich, warte Ja, okay Träf mich jetzt Ja, okay Nicht in den Kopf Ja, toll, in den Kopf Ja, toll, in den Kopf Ich weiß Der Unterschied, Kopf und Bauch, oder? Nee Oh mein Gott, was hab ich denn da auf einmal für'n Ding? Was ist denn das? Das braucht man ja nicht im Leben Boah, wie geil Es hat ein Untergeschoss Oh, wie geil Oh, wie geil Oh, wie geil Kann ich die ganze Zeit nicht kalten machen Nee, weil ich nämlich Ich weiß nicht, wo du bist Na? Ich weiß nicht, wo du bist Ja, nee Das sieht man ja, wenn du auf mich schiebst Ich weiß auch, wo du bist Lutsch Pum, 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 pum Scheiße, warum hab ich keine Sniper genommen? Aua! Ich seh jeden also, es wird von dir Nix machst du Doch Jetzt seh ich dich nicht Jetzt seh ich dich Jetzt seh ich dich Jetzt seh ich dich Jetzt gehst du grad Du rennst Jetzt weißt du aber nicht mehr, wo ich bin Nein Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin Ja, du weißt auch nicht mehr, wo ich bin Doch, ich weiß, wo du bist Aber ich sehe mich grad nicht Guck, 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 du weißt nicht, wo ich bin Wo bin ich Ja, ha, 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 ha... Nein, nein, nein Doch, jetzt hab ich dich Das hast du mich, sagst du Ja, sagst du Sagst du Sagst du Jetzt gräst du grad ne jetzt wieder auf dem Obergeschoss damit ich der Klamm heimlich runtergehen kann und dich kalt machen kann jetzt gehst du zurück da wo du herkommst Scheiße! Scheiße! Jetzt hast du ausgeschissen Ich warte nur auf dich ja wo bin ich denn? Alter wo bist du denn? Ich warte nur auf dich ich weiß nicht wo du bist ich weiß auch irgendwie nicht wo du bist ich bin nicht du ich weiß ich will davon nur den Hydranten abschießen 18 Babyfittle mag ja nie mehr sorgen um Geld ich glaub sie bin so unorganisiert dass ich nicht weiß wo ich und wann ich meine Banaten schmecke ja Aua! Alter! Oh du hast die versteckt wie er halt eiskalt dann noch mit der Sniper schießt und ich dann eiskalt seine Waffe nicht hab du hast einfach nur als nein ich kann nur auf dein drücken sie x um zu flattern ja ich lass dich da aufs Tablett drin oder was denkst du denn? ja ich bleib stehen ich brauch die neue Waffe aber erst muss ich select noch immer Waffe nehmen danke dass du mir die Zeit lässt bitte weiter nein ich nehm nicht die 5 ich hab keinen Lauf mehr ja komm ich steh hier ganz ruhig ich weiß gar nicht wo du bist da ich bewege mich mal ein bisschen ok ich schreibe jetzt an die Treppe ich geh zu der Treppe schieß mir genau auf auf den Kopf nicht auf den Zylinder auf den Kopf Miststück gut also das war es auch mit diesem Spiel und nochmal 20 Minuten voll oder? ok ehrlich ja und ja auch bis zum nächsten Video bis bald bla bla genau 20 Sekunden nein und dann tun wir noch nein